Ja hallo, ich bin der Peter. Ich war überabends bei der Wilden Woche dabei und den letzten Tag den Freitag ganz, weil es sich beruflich nur so ausgegangen ist und es hat mir sehr gut gefallen und das, was ich so besonders wahrgenommen habe und geschätzt habe, ist diese Gemeinschaft und dieses warme Aufgenommensein. So ist da mein Eindruck gewesen und das Miteinander in einem Klaren und es ist einfach wir Menschen, so nehme ich es wahr, wachsen mit der Gemeinschaft und das war gerade hier so wunderbar spürbar und es war das Besondere für mich, weil ich tagsüber einfach im Berufsleben war und abends dann da war und der Unterschied war sehr, sehr groß und ich schätze einfach den geschützten Bereich hier. Und das Miteinander erleben und das Miteinander wachsen und diese allzeitige Freundlichkeit und Offenheit, die mir da entgegenkommen ist. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, auch für den Hans. Es war wirklich sehr schön und ich freue mich aufs nächste Mal, wo ich sehr gerne dann ganz dabei bin. Ich habe mich immer sehr gefreut am Abend an meine Familie zu sehen, den Julian, die Paula und die Veronika. Ja, danke für das Geschenk. Ich sage danke. Sehr gerne. Ich finde wirklich berührend.